Ja, moin Leute, was geht? Hier wieder bei DALLIGAMING. Willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ihr wolltet schon immer ein FAQ sehen. Ihr wolltet schon immer, dass ich eure Fragen beantworte. Und ihr wolltet schon immer... mehr komische Fragen stellen? Ihr wisst, ich hatte mein Projekt, das nennt sich... Kevin kommentiert Kommentare. Ist überhaupt nicht geklaut von Kelly kommentiert Kommentare. Überhaupt nicht. Ich hab früher Kelly kommentiert Kommentare wirklich sehr oft geguckt. Wer jetzt sich fragt... Was? Wer ist Kelly kommentiert Kommentare? Sie heißt eigentlich Kelly Mrs. Vlog. Und hat wirklich richtig witzige Videos. Gut unterhaltene Videos. Ich kann sie ja mal verlinken, wenn ihr es wollt. In der Videobeschreibung. Ihr wolltet schon immer mir Fragen stellen und ich hab immer gesagt... Nee, ich hab keine Zeit. Das stimmt in einer Sache. Allerdings, ob ich jetzt ein Minecraft Video bearbeite... Oder ein FAQ Video bearbeite und dafür dann halt zwei Stunden länger brauche. Oder was weiß ich. Weil ich halt jede Frage einzeln nochmal nehmen muss. Einfügen muss. Plus dann noch auf Mikrofon das Ganze einreden. Dann das Ganze mit dem Hintergrund. Und das halt in einer ganz normalen Stimme. Ohne rumbrüllen oder sonst irgendwas. Und das... Dauert. Das dauert halt sehr, sehr lange. Weil ich kriege oft die Probleme. Ich spreche was nicht richtig aus. Ich spreche den Namen falsch aus. Ich verwispel mich. Ich vergesse ein Wort. Ich bin zu laut. Dann höre ich es mir an und denke mir nur so... Oh Digger, das kannst du nicht hochladen. Dann gibt es halt noch so Momente, wo ich einfach so ablese und auf einmal... Ja ne, ja ne, ja ne. Da denke ich mir schon so selber im Kopf. Ne, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Und dann dauert mal so ein Video so drei, vier Stunden. Wirklich. Ein FAQ wird kommen, Leute. Und das jetzt endlich. Obwohl ich eigentlich überhaupt keine Zeit dafür habe. Aber wie gesagt, ob ich jetzt das Video bearbeite. Oder ein FAQ Video bearbeite. Das spielt keine Rolle. Muss beides immer immer fertig werden. Und am besten das Größte zuerst. Also Leute, ihr könnt mir jetzt hier unter diesem Video Fragen stellen zu einem FAQ. Wie zum Beispiel... Wie war es zu Kevin? Ohne meinen Anwalt sag ich nichts. Dazu möchte ich aber noch sagen, ich habe früher auch versucht ein FAQ zu machen. Ein richtig cooles FAQ mit Effekten, Spezialeffekts und Soundeffekts. Und was weiß ich auch noch immer. Mit viel Mühe und alles drum und dran. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja, richtig. Julian Bam. Ich habe versucht, Julian Bam nachzumachen. Kannst du nicht eigenes einfallen lassen? Ja doch, kann ich. Aber ich wollte unbedingt so ein FAQ machen wie Julian Bam. Habe ich versucht. Habe mir das Video angeguckt. Ich dachte mir nur so, scheiße. Und wie soll ich das jetzt alles so bearbeiten wie er? Erstens, mir fehlt das Equip. Zweitens, diese ganzen Skills. Drittens, mir fehlt einfach Sony Vegas oder ein anderes gutes Schneideprogramm. Mit Magix kann man sehr gut bearbeiten. Das muss ich echt sagen. Ich habe Magix 2015 Premium. Wer es immer noch nicht weiß. Obwohl es in der Videobeschreibung drin steht. Mit dem Programm kann man echt gut bearbeiten. Man kann gut schneiden. Man kann gut Bilder einfügen. Man kann Texte machen. Alles mögliche. Habe ich nichts zu meckern. Nichts. Aber halt was Animation und so betrifft. Da habe ich nur Greenscreen Effekte zur Verfügung. Und kann ich selber irgendwelche Kameh-Sachen oder was weiß ich noch alles machen. Und dennoch bin ich sehr zufrieden mit meinem Programm Magix. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich zu FAQ sagen wollte. Wie gesagt Leute, schreibt mir unten in die Kommentare FAQ Fragen, die ihr mir stellen wollt. Egal was. Ich weiß jetzt schon, ich komme so von der Arbeit. Guck, Laptop, 100 Nachrichten. Denkt mir nur so. Geil Kevin, tolles Video. Falls das FAQ zu lange wird, werde ich dadurch mehrere Zeile machen. Aber ich werde so gut wie möglich alle Kommentare respektieren. Außer kommen Fragen wie, warum bist du so hässlich. Dann werde ich den Kommentar einfach ganz einfach löschen. Nächstes Thema. Ich möchte ein kleines Thema ansprechen und zwar Next Jam Padavan. Nein, nein, nicht schon wieder. Hör auf, hör auf, hast du schon im letzten Video gesagt. Ich klicke weg. Nein Leute, nicht wegklicken. Ich möchte was kurzes ansprechen. Es gibt halt die Andrea, die macht Next Jam Padavan News und die redet halt auch über mich. Und deswegen kann ich das auch gerne mal ein bisschen promoten. Deswegen Leute, Link in der Beschreibung zu Andreas YouTube Kanal. Sie macht halt NGP News und berichtet über die ganzen Wochen Fakten und alles was dazu gehört. Kann ich auf jeden Fall mal abchecken, weil ich gucke selber die Videos immer und gebe einen Daumen nach oben. So Leute, nächstes Thema und wichtigstes Thema, was ich überhaupt ansprechen möchte. Warum mache ich das eigentlich jetzt hier im FAQ, da sich doch sowieso jeder nur das Video von Anfang an bis eine Minute anschaut. Ich hoffe, ihr schaut wirklich das Video zu ändern. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, danke. Ich möchte kurz etwas Wichtiges ansprechen. Ich bin ab nächster Woche in einem nächsten Praktikumsbetrieb. Die Malerzeiten sind vorbei. Ich habe meinen Pinsel geschwungen und... Alles klar, ich bin raus! Ich habe halt den Maler ausprobiert. War nur Lackierer. Und anscheinend bin ich dafür nicht körperlich fit oder was weiß auch immer ich. Auf jeden Fall, ich war super nett gewesen. Ich habe Soft Skills, alles Mögliche. Er war mega zufrieden mit mir, aber der Maler soll anscheinend zu anstrengend für mich gewesen sein. Und dass ich... Das nicht packen würde. Und ich kann jetzt auch nicht hier 24-7 ins Fitnessstudio gehen, um meine Muskeln zu trainieren. Nur damit ich diesen Beruf nachahmen kann. Ich mache nicht gerne Fitness. Mir ist egal, wie meine Muskeln stehen. Ich möchte hier nicht der zweite Klitschko werden. Es ist zwar schön, ja gut, damit kriegt man halt das eine oder andere Mädel. Ist mir vollkommen egal. Man soll einen so nehmen, wie er ist. Und wenn es dann halt nicht so ist, ist es nicht so. Juckt mich nicht. Ich möchte auch ganz kurz mal erwähnen, ich bin halt im Inneren noch ein Kind. Ich bin 19 Jahre alt und bin innerlich noch Kind. Also ich bin in dem Sinne nicht erwachsen. Man kann mich einfach vergleichen mit Logo Danny Esten und den ganzen anderen Leuten, die einfach innerlich noch ein Kind sind. Ich wollte eigentlich noch das Thema ansprechen, dass ich halt im Praktikum bin. Und zwar im Verkauf. Jetzt müsst ihr nicht denken, wie Kevin, jetzt räumst du Regale ein von Lebensmitteln? Was ist denn mit dir los? Nein Leute, ich mache ein Praktikum in einem Fanshop. Übrigens, wir haben gerade 22.57 Uhr und ich nehme dieses Video auf. Ja, ich freue mich schon richtig auf dieses Praktikum, was ich dann ab nächster Woche absolvieren darf. Allerdings, wenn ich auf die Feierabendzeiten schaue, bekomme ich schon Kopfschmerzen. Ich bin wahrscheinlich erst circa halb acht zu Hause. Das heißt für mich um halb acht, ihr wisst Leute, ich schaue kurz meine Sendung bis 20.15 Uhr. Das heißt von 20.15 Uhr habe ich Zeit bis 1 Uhr nachts mein Video aufzunehmen, zu schneiden, bearbeiten, hochzuladen und noch das Thumbmail zu machen. Damit ich es um sechs Uhr morgens online stellen kann. Also, dass es online gestellt wird. Ich weiß echt nicht, ob ich das schaffen kann. Ich habe keine Ahnung Leute. Ich weiß nicht, wie ich das alles überwältigen soll. Aber ich möchte halt tägliche Videos weiterhin bringen. Auch wenn ich zurzeit merke, meine Videos werden jetzt nicht besonders viel angeguckt. Also das letzte Video, bin ich ein bisschen traurig drüber. Aber ihr habt gesagt, hier mega geil bearbeitet und so. Und sowas gibt mir einfach mehr Motivation als jede Klicksal. Wisst ihr, also dieses Feedback, was ihr mir gebt, das bringt mich halt einfach auf diesen Punkt weiterzumachen. Nicht aufzugeben. Ich gucke zwar auf die Klicksal und denke mir so, ja Digga, da hast du jetzt deine acht Stunden dran verbracht, deines Lebens. Für acht Stunden hättest du schon einen richtigen Lohn bekommen. Und du hast dir da mega Mühe gemacht und würdest nicht mal dir eine Packung Süßigkeiten holen können. Eine Tüte Süßigkeiten. Da denkt man sich wirklich schon so nach. Ja, warum mache ich das? Warum mache ich das? Das ist nicht wegen das hier. Ich mache es, damit ich euch unterhalte. Und ihr gebt mir euer Feedback. Und dieses Feedback, was ihr mir gebt mit geiles Video. Du bist der beste YouTuber. Und was weiß ich, also einfach diese ganzen Worte, die ich von euch bekomme, die machen mich einfach so mega glücklich, dass ich das komplette Real Life Leben einfach nur vergesse. Dieses Ganze mit Geld, weitere Zukunft. Ich vergesse es einfach. Weil euer Feedback bringt mich dazu, weiter YouTube zu machen. Würde euer Feedback nicht da sein mit hier, gutes Video, nices Video, hast du gut gemacht. Oder hier, du bist mein Lieblings YouTuber, was ich immer noch übelst feiere, diese Aussage. Es gibt so übelst viele YouTuber und ihr schreibt das einfach. Man denkt sich das halt so, ihr geht dann halt als YouTuber dann durch die Stadt. Ihr geht durch die Stadt, wo dieser Junge oder Mädchen, ich weiß ja alles nicht, ne. Dann halt da wohnt und ihr stellt euch das jetzt einfach mal vor. Ihr geht durch die Stadt und auf einmal kommt dieser Fan von einem Laden und sieht euch. Es ist so ein Moment, da denkt ihr euch nur so, ihr seid ein normaler Mensch. Und auf einmal spricht diese Person euch an, dass du ihr Lieblings YouTuber bist. Also so stelle ich mir das jetzt gerade so vor. Und es gibt so viele YouTuber auf der Welt und auch YouTuber, die ich feiere, die ihr noch niemals feiert. Wo ihr sagt, ne, ist nicht mein Lieblings YouTuber, mag ich noch niemals für die Scheiße. Wenn ihr zu mir sagt, ich wäre euer Lieblings YouTuber, das öffnet wirklich mein Herz. Okay, genug jetzt für heute, Leute. Ich möchte jetzt nicht gleich hier noch in Tränen vergießen. Wie gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob ich es alles schaffe, jeden Tag ein Video rauszuhauen. Ich versuche es um 6 Uhr und wenn es ich dann nicht schaffe, dann vielleicht jeden zweiten Tag. Aber ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Egal wie kaputt ich komme nach Hause, ich werde weitermachen, Leute. Das ist bei mir halt in YouTube wichtig, um euch zu unterhalten und dafür gebe ich mein Bestes. Ja, Leute, das war eigentlich schon alles, was ich in diesem Video ansprechen wollte. Ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, schreibt ein Herz in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr jetzt zu Ende geschaut habt. Also Frage und dann so ein Herz. Ihr wisst Bescheid, Leute. Stellt mir Fragen unter diesem Video für ein FAQ. Ich werde auf jeden Fall die Fragen alle beantworten. Also ihr könnt euch sicher sein, dass eure Frage dann drankommt. Ob es dann im ersten Part drin ist oder im zweiten oder im dritten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kommentare hier schreibt. Also Fragen. Also Leute, das war es von diesem Video. Ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Wir haben es jetzt 23.05 Uhr. Das heißt, ich habe 2 Stunden ungefähr Zeit, dieses Video zu schneiden und zu bearbeiten und hochzuladen. Beziehungsweise zu rendern. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen und muss es dann wahrscheinlich morgen nach der Arbeit hochstellen. Ist ein bisschen belastend. Aber mal gucken, was die Zeit bringt. Ich würde sagen, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.